Musik Tauchen Sie ein ins Paradies der Sinne und erleben Sie eine Welt aus Licht und Wasser. Das Geibeltbad Perna ist das aufregend andere Freizeitbad, mit einer Angebotsvielfalt, die in der Sächsischen Schweiz einmalig ist. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten unserer Badelandschaft. Zum Beispiel die 100 Meter Riesenrutsche, damit kommen Sie garantiert richtig in Fahrt. Ziehen Sie Ihre Bahnen in unserem 25 Meter Sportschwimmbecken oder erkunden Sie unser Nichtschwimmerbecken. Mit Massagedüsen, Nackenduschen und Sprudelliegen können Sie wunderbar relaxen. Auf zukünftige Kapitäne und Wassernixen wartet unser großer Wasserspielplatz. Entdecken Sie auch das Dampfbad oder unser warmes Außenbecken, unter anderem mit Strömungskanal und Massagedüsen. Ein wohltemperiertes Vergnügen für kalte Tage. Das gilt natürlich auch für unsere stilvolle Saunalandschaft. Hier werden Ihre Sinne von Wärme und Wasser, Lichtspielen und exotischen Düften verwöhnt. Genießen Sie das Wechselspiel der Temperaturen in unseren verschiedenen Saunen und Dampfbädern, den Wärme- und Tauchbecken und entspannen Sie in unserem Ruhebereich. Traumzeiten, Aktivstunden, Glücksmomente. Wir verlosen zwei Gutscheine im Wert von je 25 Euro. Geibelt Bad Pirna – sich neu erleben! Und wenn Sie dieses verführerische Geschenk gewinnen wollen, dann schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an gewinnspiel-appdresden-fernsehen.de Vergessen Sie das Passwort nicht. Ich freue mich, Sie morgen wieder zu sehen.